Magst du noch ein Stück zu mir rutschen? Ich habe nicht so einen langen Arm, Schatz. Es ist wahnsinnig dynamisch. Ich bin nämlich voll on fire. Erzähl mir davon. Ich hatte einige Gespräche jetzt mit Frauen aus unserer Masterclass. Da haben wir gerade einige Frauen, viele, die wir begleiten. Und ich habe so gemerkt, es ist wirklich definitiv alles nur Kopfsache, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Man kann echt sagen, Mindset ist nur meins. Und es ist ja schon so ein Floskel. Aber aus der therapeutischen Sicht ist es tatsächlich so. Und ich habe realisiert, wenn eine Frau realisiert, dass sie Besseres verdient hat. Jetzt rede ich mal nur von Frauen, weil ich hauptsächlich Frauen coache. Dass sie noch Besseres verdient hat. Als das Leben, das sie führt. Als den Kontostand, den sie hat. Als den Partner, den sie an der Seite hat, spitzzüngig gesagt. Als den Job, in dem sie ist. Dann ist sie unaufhaltbar. Also wenn eine Frau wirklich in sich realisiert, boah, ich habe viel mehr verdient, als das, was ich mir gerade an Leben gönne. Das hat ja auch was. Ich gönne mir diesen Standard. Ich gönne mir dieses Leben. Dann ist das ein Booster. Ich habe so eine Freude. Die Frauen sind so on fire. Und ausschlaggebend war ein Webinar, das ich mit ihnen geführt habe. Und ihnen erzählt habe, wie funktioniert ein digitales Business. Ich bin ja so ein Urgestein. Aber du siehst wunderbar aus. Du warst jetzt aber angemahnt. Aber hast du gut gemacht. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Weil ich habe 2008 schon die erste Ausbildung digital angeboten. Damals aus der Not heraus. Ich war Mama von drei Kindern. Wollte natürlich in meinen Job durchstarten. Und was hat sich angeboten? Facebook. Ich bin zwei Wochen abgemahnt und gestraft worden, weil ich mir gedacht habe, boah, Facebook ist super. Du hast einige hunderte Freunde. Damals waren es noch einige hunderte. Und kannst dein Business bewerben. Dann hat mich Facebook abgestraft und gesagt, das ist keine Business-Plattform. Und ich habe trotzdem weitergemacht. War zwei Wochen gesperrt. Habe weitergemacht. Habe damals die Inspirationen des Tages draus gemacht. Und immer ein Zähl unten dran klingt. Das war sehr interessant. Und daraus ergab sich die erste Gruppe, die ich ausgebildet habe. Digital. Plus, ich habe ausschließlich digital beraten. Couch-Coaching hat es damals geheißen. Ich habe keine andere Möglichkeit gehabt, als Vollzeit-Mama sozusagen. Meine Kinder waren noch so klein. Ich wollte und konnte ich auch noch nicht in die Grippe geben. Und das heißt, ich habe jetzt am Buckel tatsächlich zwölf Jahre durch und durch Erfahrung als Digitalunternehmerin. Und diese ganzen Tipps, diese ganzen Strategien, habe ich in einem Webinar für die Teilnehmer der Masterclass rausgehauen und habe mich jetzt entschieden, weil ich gemerkt habe, was das bewirkt hat bei den Frauen. Die sind Feuer und Feuer. Die starten jetzt richtig durch. Dass wir darüber einen Podcast machen. Und ich im Podcast die Strategien verrate und mitteile, die es wirklich braucht, um von analog auf digital zu gehen. Und warum? Weil es eine Sünde wäre, wenn man das nicht macht. Man muss sozusagen jetzt im Moment den Leuten die Chance geben, die Möglichkeit geben, alles Wissen aufzusaugen und sie dabei zu begleiten, dass sie das wirklich auch umsetzen können. Und unsere Strategien sind erprobt. Ich bin seit 17 Jahren Unternehmerin. Ich habe fünf Kinder. Wir haben fünf Kinder. Also das ist ein wichtiger Hauptfaktor, dass man immer von Menschen lernt, die das auch wirklich erprobt haben, langfristig, die die Strategien auch wirklich leben, umsetzen und Erfolg haben damit. Warum ist das gerade so wichtig? Wir leben in Zeiten von Covid-19. Die Leute traen großteils durch. Ich habe gestern im Radio gehört, jedes fünfte Unternehmen wird mit Herbst und nächsten Frühjahr, diese Auswirkungen kommen ja erst die wirtschaftlichen, und deswegen pleite gehen. Und wir beide haben ja gesagt, das können wir nicht zulassen, da kann man nicht zuschauen dabei. Diese Unternehmen und diese Krise, die muss man die Chance nutzen. Die besten Unternehmen der Welt, Apple beispielsweise, sind in einer Phase des absoluten Tiefs geboren. Also wenn alle glauben, keiner investiert mehr, man hat Angst, dass das Unternehmen pleite geht, dann sagen wir, und jetzt erst recht. Und die Chance haben wir. Aber die Leute müssen wissen, wie es wirklich geht. Und es funktioniert. Ich brauche nur einen kurzen Augenblick deiner Aufmerksamkeit. Wenn dich nicht nur ein Perspektivwechsel, sondern eine genaue Anleitung interessiert, wie du einen selbstbestimmten, glücklichen und erfüllten Family & Business Lifestyle leben kannst, dann schau dir unbedingt die Mindshift Business Masterclass an. In dieser Masterclass zeigt dir Katharina mit ihrer Methode The Process, wie du dein volles Potenzial entfalten und Blockaden lösen kannst, damit du dich auf das fokussierst, was du tief in deinem Herzen wirklich erreichen willst. Meine Aufgabe in der Masterclass wird sein, dir mit meinen über 20 Jahren Erfahrung als Unternehmensberater für Digital Brand & Business Building ein Geschäftsmodell zu entwickeln oder ein bestehendes zu optimieren, mit dem du kontinuierlich und garantiert wachsen wirst. Wir werden nicht zulassen, dass die Corona-Krise deine Existenz zerstört. Deswegen haben wir die nächste Masterclass mit mehr Fokus auf dein Business ausgerichtet. Sei dabei und bewirb dich jetzt für einen von 20 Plätzen. Wir werden noch in diesem Jahr starten und informieren dich über alles Weitere in einem persönlichen Vorgespräch. Mehr Informationen dazu findest du auf der Website www.mindshift.family und den Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und nun geht's weiter hier. Katie, das bedeutet ja ganz klar, dass wir eigentlich schon seit einiger Zeit was tun müssen und das genau jetzt der Moment ist, was zu tun. Was mir auffällt, was viele Leute abhält, ist das Thema Geld. Sich zu trauen, Geld dafür zu verlangen, für ein Produkt, für das ich wirklich begeistert bin. Wie sieht es mit diesem Rohstoff aus? Es gibt eine einfache Regel. Wenn du wirklich an Feier bist und weißt, du hast was für die Menschen, was eine Sünde wäre, wenn sie nicht kaufen, musst du es ihnen anbieten. Du musst es ihnen verkaufen. Du musst ihnen, es gibt gerade eine Studie, früher waren es sechs Touchpoints, die man gebraucht hat, um den Kunden sozusagen da zum Kauf zu bewegen. Jetzt aktuell sind es 17. Also der Kunde muss dich mit dir 17 Mal auf irgendeiner Ebene in Kontakt getreten haben, um dein Produkt zu kaufen. Und jetzt ganz wichtig, die meisten denken völlig falsch und sagen, oh mein Gott, Hilfe, die Leute haben kein Geld mehr, wir sind in einer Krise, ich gebe die Sachen, ich reduziere meine Preise. Völlig falsch. In einer Krise musst du deine Preise erhöhen. Das machen die Top-Unternehmen, die erhöhen ihre Preise. Warum? Weil es immer Menschen gibt, immer, die Geld haben, die investieren. Rund um den Globus gibt es natürlich Menschen, die viel verloren haben, aber es gibt auch die anderen. Ich meine, wir haben total investiert jetzt. Beispielsweise, wir haben in unser Haus investiert, wir haben ein neues Dach im Gartenhof gemacht, wir haben zwei Grundstücke gekauft, wir unterschreiben gerade einen Vertrag, dass da Mindshift Homes entsteht. Wir sind welche, die investieren und diese Menschen gibt es. Und wenn du für diese Leute ein Produkt hast, musst du es sie wissen lassen. Und es gibt eine zweite Regel. Alles, was unter 35 Euro Stundenlohn ist, musst du wem anderen abgeben. Du darfst nichts mehr machen, wenn du Unternehmer sein willst, wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du jetzt die Chance nutzen willst, der Krise, musst du alles abgeben, was ein Stundenlohn von unter 35 Euro ist. Du darfst einfach, sage ich den Frauen immer, nimmer selber daheim putzen. Und du darfst nicht mehr selbst irgendwas Kleines programmieren oder was du einer VA geben könntest für 35 Euro schneiden oder so. Wenn du Unternehmer bist, musst du an der Strategie arbeiten, du musst netzwerken. Netzwerken. Du musst dich immer fragen, wer kennt wen, der meinen Kundenavatar kennt, der Kontakt hat zu meinem Kundenavatar, komme ich gleich darauf zurück, ist nämlich ein Riesenthema, und der in seinem Netzwerk meine Kunden sitzen hat, mit denen kooperieren, zusammenarbeiten, gemeinsam Dinge auf die Beine stellen, nicht aufgeben und für sich allein dahin gruscheln, sondern rausgehen und sagen, hier bin ich, lass uns kooperieren, lass uns was zusammen machen, nicht zögern, nicht denken, ich traue mich jetzt gerade nicht, oh, ich bin noch nicht so weit, ich kann es nicht. Wenn du wirklich, wirklich überzeugt bist von deinem Business, musst du es die Leute wissen lassen, musst du immer denken, es wäre eine Strafe und eine Sünde, es nicht zu tun. Und das meine ich mit Mindset. Das fängt im Kopf an. Diese Haltung, diese Einstellung, das hat auch gar nichts mehr mit Mut zu tun, es hat was mit einer Verpflichtung zu tun. Und dann bist du auf der Gewinnerseite und minimierst, und das ist jetzt entscheidend, die Verliererseite, weil du andere befähigst, in ihre Kraft zu gehen, weil du andere befähigst, etwas aus dieser Krise zu machen. Gerti, wie fange ich an? Das ist doch immer so dieses, sich entwickeln heißt ja, aus diesem Knäuel irgendwie etwas, diesen Faden wiederzufinden. Wie starte ich? Was ist so der erste Step? Das erste ist wirklich extrem wichtig. Du musst wissen, dass dein Einkommen in direkter Proposition zu deinen Glaubenssätzen steht. Im Englischen gibt es einen schönen Begriff, Beliefs, und da steckt das Wort, wenn man sich das mal aufschreibt, Lie drinnen, Lüge. Das heißt, viele Glaubenssätze, sind definitiv eine Lüge und da sind wir schon beim Mindset. Beispielsweise, oh, wir haben jetzt eine Krise, es gibt niemanden, der investiert, die ganze Wirtschaft wird kollabieren, keiner wird das überleben. Das sind Glaubenssätze, die sind, die dürfen für dich nicht zutreffen. Du musst sagen, dir selber, pass auf, jetzt haben wir eine Krise, das ist die größte Chance, die ich jetzt habe, weil die ganze Welt will digitalisieren. Beispielsweise, ein Beispiel, die ganze Welt will Immunsystem aufbauen. Ja, ich hatte eine ganz tolle Frau, die ich unglaublich gern habe bei mir im Coaching, aus dem Network Marketing, die hat zu mir gesagt, Katharina, meine Umsätze sind so eingebrochen. Ich helfe den Menschen, durch Nahrungsergänzung fitter, stärker zu werden. Und ich habe gesagt, eigentlich müssen deine Zahlen durch die Decke gehen, weil jeder will gerade sein Immunsystem stärken, genauso wie jeder gerade vom analogen Business ins Digitale wechseln will, muss sogar, weil die Krise ist noch lang nicht rum. Das heißt, wir haben noch Zeit. Und dann ist ihr so bewusst geworden, dass sie sich so verrannt hat in den Gedanken, oh mein Gott, Krise, alles bricht weg. Sie hat die Putzfrau gekündigt und selber geputzt, weil sie Angst hatte, dass sie zu wenig Geld hat, anstatt zu sagen, und jetzt erst recht, jetzt muss ich alle meine Kontakte anschreiben, ich muss das nutzen und ihnen sagen, baue dein Immunsystem auf, investiere in deinen Körper, wie wir auch sagen, investiere jetzt in dein Business, mehr als je zuvor. Behandle deine Idee, dein Unternehmen auch so, als hättest du Millionen reingesteckt. Dann behandeln wir nämlich etwas ganz anders, als wenn wir sagen, oh, ist eh nichts wert. Gib dem einen Wertserfolg, hat 80 Prozent mit Psychologie zu tun und nur 20 Prozent mit Fähigkeiten. Und Fakten. Also das ist ja der berühmte Argumentenkoffer, der immer ausgepackt wird im Verkauf. Absolut, ja. Also der wichtigste Hack ist, wenn du dich irgendwie wunderst und schaust, boah, wie machen die sechs, siebenstellige Umsätze, wie können Unternehmen wirklich extrem erfolgreich sein, dann ist das Nummer eins Projekt für dich, du musst an dir selbst, an deiner Einstellung arbeiten. Du darfst jetzt nicht dem Mainstream folgen, der sagt, oh mein Gott. Oder der so tut, und das ist genauso gefährlich, als wäre alles vorbei. Ich schlage mir gerade die Hände am Kopf zusammen, einer nach dem anderen sagt, ich fahre gerade im Urlaub. Und die können alle in den Urlaub fahren, mir ist deswegen Corona völlig egal. Also da gibt es Maßnahmen, da können sie sich schützen, das spielt keine Rolle. Aber, ich sage, nutze doch jetzt dieses Hoch des Sommers, wo die ganze Masse glaubt, es ist alles vorbei, sie müssen sich um nichts mehr kümmern oder die andere Ebene denkt, oh mein Gott, die Wirtschaft ist vorbei, ich mache den letzten Urlaub meines Lebens, nutze die Zeit und arbeite an deinem Business. Jetzt ist die Zeit, wo du jeden Tag dran sitzen musst, um in dich zu investieren, in dein Business zu investieren und die Zeit am Strand zu liegen, die kommt dann. Dann nämlich, wenn alle, die jetzt am Strand liegen, die dann entdecken über den Winter, oh, jetzt gibt es wieder einen Lockdown, jetzt gibt es wieder Maßnahmen, jetzt ist es wieder verschärft, fällt die Kurve nach unten, sind sie alle wieder in der Schockstarre, dann kannst du aufsteigen wie in Phönix und sagen, hey Leute, ich habe was für euch. Also um das nochmal zusammenzufassen, ich fand es super wichtig, dieses Wir, also auch mit dem neuen Mindset nicht herzugehen und zu sagen, okay, ich muss das jetzt alles alleine machen, du hast vorhin von 35 Euro die Stunde erzählt, also Dinge auch abzugeben, schauen, mit wem kann ich kooperieren, Zielgruppen, Auftragsbesitzer, also wer arbeitet schon mit meinem Avatar, bis hin zum Thema Mindset, morgens aus dem Bett zu springen und genau diese Begeisterung für die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu haben und die in den Markt zu tragen. Also ich meine, ich weiß, dass viele Menschen sagen, boah, das ist jetzt eine Herausforderung und Herausforderungen und Veränderungen ist immer Angst. Ja, und Angst haben viele Angst vor dem Verlust, Angst vor der Vergangenheit, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem Scheitern, Angst vor der Zukunft, Angst an Fehler zu machen. Aber aus dieser gesellschaftlichen Traumatisierung müssen wir uns jetzt definitiv rausholen. Es braucht Pioniere, es braucht Visionäre, es braucht jetzt Menschen, die sagen, ich erstarre jetzt nicht. Nein, ich schaue dem ins Gesicht, womit wir gerade konfrontiert sind und ich mache das Beste draus. Ich steige da eben raus aus der Asche, wie in Phönix. Und es gibt ganz, ganz klare Business-Krisentrends beispielsweise. Also die Krise kommt und dann sind alle im Schock. Das hatten wir so März, April, Mai. Dann ist die Kurve noch weiter abgefallen. Die Menschen fühlen so eine Hoffnungslosigkeit, vor allem Künstler gerade. Künstler sind so tolle Menschen, aber sie sind meistens schlechte Unternehmer. Deswegen, ich muss einfach so sagen, ich bezeichne mich selber auch als eine Künstlerin, aber die haben echt ein Problem, dass sie unternehmerisch einfach schnell den Kopf in den Sand stecken und eher künstlerisch nur denken. Das führt dann so zu einer Verzweiflung und wenn du noch tiefer abrutschst, kommst du auf die Kurve der Evaluierung, wo du eine Entscheidung treffen musst. Gebe ich auf oder gebe ich alles? Und an dem Punkt, denke ich, werden viele, entweder Gastronomie war schon an diesem Punkt, der ist dieser Entscheidung, Künstler auch großteils, aber viele Unternehmer, viele Mittelständler, viele Kurzarbeitnehmer werden im Herbst an diesen Punkt kommen, wo sie sich entscheiden müssen und in jedem Fall ist es extrem wichtig, sich zu entscheiden, ich gebe jetzt alles und ich mache es noch besser als vorher und ich gebe noch mehr intensive Energie da rein und dann gehe ich in Massive Action, also in dieses wirklich Vollgas geben, ich setze um, ich plane Strategie, ich gehe ins Tun, ich hole mir neue Strategiemöglichkeiten, um aus dieser Phase das Beste zu machen und es gibt Vorbilder, es gibt Unternehmen, Firmen, die in der Krise, in der Historie schon wirklich das Beste daraus gemacht haben, massiv Umsatz gesteigert haben, das ist für uns vielleicht das erste Mal, dass so eine Krise geschehen ist, aber nicht für die Welt. Für Unternehmen, die schon seit 150 Jahren existieren, ist das die vierte, fünfte Krise. So müssen wir das mal sehen. Wir sind gerade so, oh mein Gott, weil das erste Mal jetzt was passiert ist, aber die Geschichte, aus der können wir lernen und dann gibt es den absoluten Booster, dann sehen wir plötzlich wieder Möglichkeiten und Chancen und sagen, hey Moment, beispielsweise, die Leute können gerade nicht arbeiten, weil sie analog sind. Na bitte, wir geben alles, das machen ja wir in unserer Masterclass, die wir jetzt sofort wieder neu starten, wir geben alles, um die Leute zu digitalisieren und wir haben die sämtlichen Ressourcen seit mehr als zwölf Jahren, das funktioniert und das sind Strategien, die jeder, das ist echt wichtig, jeder kann das lernen, auch ein großes Unternehmen, ein Einzelunternehmer, jemand der sagt, ich habe einen Job, aber ich will mein Zeitpreneur-Business aufbauen, ausnahmslos, jeder kann das und du musst dein eigener Fan werden, du musst wissen, mein Produkt ist richtig, richtig genial und was echt wichtig ist, wer schreibt da auf einen Zettel, sofort wenn du das hörst, drück kurz auf Pause, schreibt da auf einen Zettel auf, was habe ich für limitierende Glaubenssysteme, ja, also glaube ich jetzt dran, oh, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, die Ökonomie rutscht runter, keiner sieht mich, es gibt schon so viel, ich habe kein gescheites Produkt, schreib das alles auf und zerreiß diese Dinger, schmeiß sie am Boden und sag dir, das räumt jemand anders weg, ich arbeite jetzt an meinem Business. Ich will dich gar nicht bremsen, ich bin begeistert, ich bin an Feier. Das Wichtigste ist dann, der nächste Schritt ist, zu sagen, okay, was sind meine Ziele, was genau will ich verdienen und wenn ich dann im Coaching mit den Frauen bin, sagen die, naja, es wäre schon super, wenn ich so 6.000, 7.000 im Monat hätte und ich sage, ist das wirklich die Wahrheit? Na, eigentlich will ich 20.000 hinschreiben, aber ich traue mich nicht und dann sage ich, schreib diese 20.000 hin, sieh dich selber das Ziel schon erreichen, sieh dich selber diesen Gehaltscheck zu bekommen, sieh dich selber die Überweisungen zu bekommen. Ich meine, wir alle waren schon mal an dem Punkt, das kann ich ja für uns beide auch sprechen, wo es wirklich die Realität nicht die war, wo wir sagen, das ist jetzt rosig, wo wir gesagt haben, hey, man hat keine Kohle, man hat keine Aussichten, man hat nichts, woran man sich festhalten soll, man hat nicht einmal eine Idee und weiß nicht einmal, wer seine Sachen kaufen kann, aber wenn du in der Zeit dich wirklich darauf fokussierst, wer willst du in 5 Jahren sein, wer willst du in einem Jahr sein, wer willst du in 3 Monaten sein, wer willst du in 10 Jahren sein und du legst den Fokus drauf, dann kann dieses zukünftige Ich mit dir sprechen. Wir haben in unserer Abo-Gruppe, der Demo-Gruppe sogar, kostenfrei bitte, Leute, schreibt zu uns, wir registrieren euch kostenlos, haben wir Meditationen, die euch jeden Tag in dieses State bringen von wer will ich sein, weil wenn du das wirklich realisierst, wer du sein kannst, entgegen der Realität jetzt, dann ist es wie ein Magnet, wie eine Sogwirkung, du hast plötzlich kreative Ideen, du siehst es plötzlich, was möglich ist und wenn du es sehen kannst, kannst du es auch erreichen und dazu musst du in dich investieren, durch Zeit, durch Engagement und es ist irrsinnig wichtig, das wirklich ganz klar auch zu verkaufen. So viele Leute haben Angst vor dem Verkauf, vor dem Sale, vor dem Pitch, weil sie Angst haben, ich sage es mir immer wieder, ich habe Angst, dass ich zu abgelehnt werde, aber die Leute sagen nie Nein zu dir, die sagen Nein zu deinem Angebot, also musst du nichts an dir ändern, sondern an deinem Angebot, du musst überprüfen, was brauchen und wollen die Leute wirklich, wer ist wirklich mein Avatar, da geben wir euch dann noch eine coole Formel, wie ihr das herausfinden könnt, aber einen Schritt vorher, du musst dir bewusst machen, wenn jemand Nein zu mir sagt, dann ist das Angebot, das ich für den gerade nicht habe, das Richtige, also feil doch an dem Angebot und frag nach, was brauchst du und die Klienten, die wollen absolutes Vertrauen zu dir haben, dass du sie verstehst, dass du dich in sie hineinversetzt und sagst, hey, okay, wo steht, beispielsweise meine Klientin heißt jetzt Sam, ja, wo steht die Sam gerade, was braucht sie, wo braucht sie Hilfe und ihnen bewusst machen, die braucht das auch schnell, also gebe ich ihnen schnell die Lösung. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, muss ich an dieser Stelle einfach nochmal unterstreichen, sich wirklich mit seinem Zielgruppen-Avatar zu beschäftigen, ich sage zum Beispiel in meinen Coachings auch immer, Namen geben, wo lebt dieser Avatar, in welchem Familienverbund lebt dieser Avatar, hat er eine Brille auf, männlich, weiblich und je präziser das ist, desto besser kann ich Podcast-Folgen produzieren, Angebote schnüren und desto eher kann ich auch die Bedürfnisse dieser Person entdecken. Was ich auch noch beitragen wollte hier, ich liebe es gerade auf deiner Welle zu surfen, deswegen will ich gar nicht so viel erzählen, Thema Konsumschulden und Investitionen, oder Investitionen, Konsumschulden versus Investitionen. Wenn ich die ganze Zeit nur konsumiere, auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs bin, ja, wahrscheinlich eher digitale Veranstaltungen heute, aber dann habe ich ja das Thema, dass ich die ganze Zeit nur konsumiere, aber nicht in die Aktionen komme und der Unterschied oder das Gegenteil davon sind ja Investitionen, die ich tätigen kann. Das heißt, ich gehe in die Aktion, ich mache aus einem Kursangebot, zum Beispiel aus der Masterclass, mache ich was, indem ich dort aktiv mitmache und mein Business aufbaue, ich tatsächlich ergebnisorientiert unterwegs bin. Ich habe in meinem Leben, und es ist so wichtig, was du sagst, höhere sechsstellige Beträge für mein Know-how investiert, nicht ausgegeben, sondern investiert, um von wirklich weltweit den besten Entrepreneuren, den inspirierendsten Menschen zu lernen. Und das kostet, das ist nun mal ein Invest, aber ich habe es so vielfach zurückbekommen und ich würde es niemals missen wollen. Im Gegenteil, ich sitze um zwei, drei in der Früh noch da und wir schauen uns auf Englisch die ganzen Kurse an, die wir da gekauft haben und sammeln das Wissen, um es dann auch natürlich weiterzugeben, um das Business auszubauen. Aber das ist ja der Unterschied. Der Unterschied ist ja dann, in die Aktion zu kommen. Ich habe letztens wieder ein Interview gehört, wo es darum geht, ich lese jeden Tag ein Buch. Also beeindruckend für das Zeit-Invest, aber die Frage ist, was nehme ich mir mit und was setze ich tatsächlich um? Ich bin ein großer Fan davon, dass Erfolge nach einer gewissen Zeit einfach happy machen. Ja, also wie eine Klientin von uns, die an dieser Stelle herzlich gegrüßt ist, die Carmen, die uns ein Video schickt und sagt, hey, wie krass ist das? Ich habe eine Million Euro Umsatz gemacht mit den Strategien, die ihr mir gebracht habt. Und das ist auch eine Sache, über die wir uns massiv freuen, weil dann verlässt es diesen theoretischen Space und wir kommen rein in diesen aktiven Raum, wo uns einfach auch der Erfolg wie so ein Perpetuum mobile immer wieder antreibt, immer wieder vorwärts bringt, aber nicht in diese Hamsterrad-Nummer, sondern wirklich in eine Bewegung, eine Vorwärtsbewegung. Bitte, das ist das Erfüllendste und das lässt uns auch so exzessiv Tag und Nacht arbeiten. Ich meine, deine Nachtschichten, die machst du nicht so aus Spaß. Die machst du, weil dir die Menschen, mit denen du arbeitest, so am Herzen liegen. Also aus Spaß machst du es, aber nicht aus Waste of Time. Ja, weil die Zeit jetzt einfach auch drängt. Also wir beide, ich erinnere mich damals mit dem Buch Digitale Brandstiftung, was rauskam 2018. Ja, um diesen Zeitraum, vorher, nachher, du ja auch viele Jahre, haben wir doch da draußen gepredigt von der Kanzel. Leute, kümmert euch um die Matrix. Schaut, dass ihr digital aufgestellt seid, dass ihr euer Business digital transformiert, dass ihr euch ein digitales Business aufbaut. Und jetzt sind wir genau da. Also die Leute klingeln und schreiben und machen und fragen. Wir müssen Nachtschichten machen, weil wir wissen ja nicht, was noch kommt. Ja, und wir sind voll committed. Wir haben unseren Urlaub völlig gecancelt. Wir arbeiten komplett für jeden Einzelnen durch, der uns schreibt, weil wir wissen, wie unglaublich wichtig das ist. Und ich würde nie jemanden ablehnen, der sagt, hey, was auf, ich habe eine zündende Idee, es ist richtig cool, was ich, oder ich will, ich habe noch keine Idee, aber ich will ein besseres Leben. Mich freut es auch so extrem, wenn eine Frau sagt, ich hatte nichts, wie jetzt auch Klienten von uns, ich hatte überhaupt nichts. Und jetzt plötzlich durch die Strategien habe ich fünf, sechs, siebenstellig verdient, wie in Carmens Fall. Das ist einfach Bereicherung der Seele. Das ist so ein Glücksgefühl. Und dafür stehen wir Tag und Nacht auf und dann schläft man halt einmal ein bisschen weniger und fährt nicht in den Urlaub. Aber das meine ich mit, wenn du ein Business hast, für das du brennst, wo du weißt, die Menschen müssen dich einfach buchen. Die müssen mit dir zusammenarbeiten. Dann verschlaft das jetzt nicht. Wenn du aber das Business noch nicht hast, aber weißt, du willst helfen, du willst was tun, kooperiere. Wir haben beispielsweise gerade die Genius Alliance GmbH. Wir suchen nach kompetenten, richtig tollen Experten im digitalen Bereich. Wir haben Aufträge, wir haben Menschen, die das Ganze buchen, die das brauchen. Schaut, mit wem könnt ihr kooperieren, wen könnt ihr anrufen, zeigt euch. Ich finde auch diesen Schulterschluss, den wir jetzt gerade auch mit unseren Klienten machen, extrem wichtig. Ich denke mir manchmal, wenn es so eine Nachtschicht ansteht, hey, ihr seid jetzt auch um diese Uhrzeit unterwegs. Und dann schicken wir uns über Telegram noch irgendwelche Nachrichten oder bauen noch irgendwas rum, weil es fertig werden muss oder so. Und das ist einfach so dieses Wir, dieser Teamgeist, den ich einfach in dieser Masterclass einfach liebe. Also das finde ich einfach cool. Ja, und das ist einfach auch so schön, wenn du weißt, hey, du leistest jetzt gerade einen Beitrag. Ich meine, wie genial ist das, wenn wir gemeinsam, ja alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich weiß, wenn du das jetzt hörst, hast du 100% das Potenzial. Du glaubst das noch nicht, aber wir werden dich anfeuern und daran erinnern, weil sonst würdest du diesen Podcast jetzt nicht hören. Also so viel Erfahrung habe ich schon, dass ich weiß, ein Mensch, der in seiner Freizeit das anhört und lernt und willig ist zu lernen, hat das Potenzial zum Unternehmer. Und zwar zu einem sehr erfolgreichen Unternehmer, wo sechs- und siebenstellig definitiv möglich ist. Und es ist jetzt kein faule Ausrede oder irgendein Deppertapitsch, das ist Realität, das erleben wir täglich, dass das einfach passiert. Und das Wichtigste ist, wenn du dir vorstellst, in zehn Jahren, 20 Jahren, erzählen die Kinder, damals als Kind gab es eine Riesenkrise, Covid gab es weltweit, viele Unternehmen sind in die Brüche gegangen, aber meine Mama, mein Papa beispielsweise, die haben was richtig Geiles aufgebaut, die haben was Tolles draus gemacht oder du schaust zurück und sagst, ich bin nicht mit untergegangen, sondern ich habe mich an die Menschen gewarnt, die mir helfen, habe mich von ihnen mal an der Hand nehmen lassen und habe Vollgas gegeben und nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Und es ist irrsinnig wichtig, dass man jetzt Beitrag leistet und dass man gerade jetzt sagt, okay, wie, also dieses Be Social, ja, also vernetz dich. Ja, die sagen, wir sollen eine Maske aufsetzen und ja, die sagen, wir sollen uns nicht umarmen. Fuck it, sage ich ganz ehrlich, weil du kannst, das heißt nicht, mach es nicht, sondern mach, sei sozial, in den sozialen Netzwerken, mach dir eine Webseite, geh digital, sag den Leuten, ruf sie an und sag, was du hast, was du kannst, vernetzt die Menschen, bildet digitalen Business. Man braucht nicht unbedingt in solchen Krisenzeiten sich am analogen festhalten, weil dann ist man im sinkenden Schiff. Das ist die Titanic. Und ich brauche nicht unbedingt Digitalkompetenzen. Also all das kann ich ja lernen. Wir haben ein paar Gespräche geführt in den letzten Wochen und was ich sehr beeindruckend fand, das Mindset entscheidet. Ja, wie viele Leute haben wir kennengelernt, die gesagt haben, ey, pass auf, wir haben so Lust drauf, wir wollen eine Delle ins Universum hauen und wir holen uns das Know-how in Form von Coachings oder wir kaufen es irgendwo ein oder beschäftigen irgendwelche Leute, die das für uns machen, wie auch immer. Nur ich muss mir im Klaren sein, dass ich jetzt, in diesem Moment, einfach losgehe. Hast du noch was, Katie? Oder wollen wir den Sack hier zumachen? Wir machen den Sack zu und fordern jeden auf, der das gehört hat, nehmt Kontakt mit uns auf. Schreibt es uns. Bewerbt euch für die Masterclass, macht es mit und dann hauen wir diese Delle zusammen ins Universum. Genau. Einfachster Weg, auf der Website rechts unten gibt es so einen Chat-Button, einfach draufklicken, auswählen, ob WhatsApp oder Telegram und dann kommt ihr direkt bei uns aufs Handy raus. Vollgas. In die Hosentasche. In die Hosentasche. Alright, over and out. Wir freuen uns auf euch.